Musik Mein Name ist Jana Jakobek. Ich bin die künstlerische Leiterin vom Comic-Festival Luzern. Das Festival ist ein Festival, das mit Geschichten arbeitet. Und bei uns geht es vor allem um zeichnete und geschriebene Geschichten in Form von Comic. Musik Wir zeigen bei Fumetto, was es alles braucht und was passiert, bevor der Comic fertig ist und im Bücherregal steht und dann gelesen werden kann. Musik Die Comics, die man bei uns sehen kann, sind für Kinder, Jugendliche und Erwachsene spannend. Musik Dank Swislows und anderen können wir das Festival auch wirklich durchführen. Musik 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 Musik